Das System des Dr. Ther und Professor Feder von Edgar Allan Poe Im Herbst des Jahres 18 führte mich eine Reise durch die südlichen Provinzen Frankreichs, auch in der Nähe eines Maison de Santé, einer Privat-Irrenanstalt, von der einige mir bekannte Mediziner in Paris mir viel erzählt hatten. Da ich eine derartige Anstalt noch nie besichtigt hatte, wollte ich die günstige Gelegenheit nicht ungenutzt vorübergehen lassen. Ich machte daher meinem Reisegefährten, einem Herrn, den ich kurz vorher kennengelernt hatte, den Vorschlag, einen Abstecher von wenigen Stunden zu machen, um die Anstalt zu besichtigen. Er lehnte aber ab, erstens habe er Eile, weiterzukommen, und zweitens habe er ein ganz erklärliches Grauen vor dem Anblick Wahnsinniger. Indessen bat er mich, nicht etwa aus Rücksicht auf ihn, von meinem Vorhaben abzustehen, er werde langsam weiterreiten, sodass ich ihn im Laufe des Tages, spätestens aber des Darauffolgenden, einholen könne. Als er sich verabschiedete, fiel mir ein, man werde mir möglicherweise gar nicht die Erlaubnis zur Besichtigung der Anstalt erteilen, und ich machte eine diesbezügliche Bemerkung. Er erwiderte, falls ich keine persönlichen Beziehungen zu dem Direktor, Herrn Meillard, noch irgendein Ausweis, etwa ein Empfehlungsschreiben habe, so könne ich allerdings auf Schwierigkeiten stoßen, da bei solchen Privatanstalten der Zutritt nicht so leicht zu erlangen sei, wie bei öffentlichen Instituten dieser Art. Er selbst, fügte er hinzu, habe vor einigen Jahren die Bekanntschaft Meillards gemacht, und wolle mir gern den Gefallen tun, mich bis ans Tor zu begleiten und einzuführen, wenngleich seine Antipathie gegen den Anblick Wahnsinniger ihm den Eintritt in das Haus selbst unmöglich mache. Ich dankte ihm, und wir verließen also die Landstraße und schlugen einen grasbewachsenen Seitenpfad ein, der sich nach einer halben Stunde in einem dichten Walde am Fuße eines Berges fast verlor. Durch diesen düsteren Wald waren wir an die Zweimeilen geritten, als wir die Maison de Santé vor uns sahen. Es war ein fantastisches, halb verfallenes Schloss, das durch Alter und Verwahrlosung kaum mehr bewohnbar schien. Sein Anblick erfüllte mich geradezu mit Grausen, und ich hielt mein Pferd an und wollte umkehren. Dann schämte ich mich jedoch meiner Schwäche und ritt weiter. Als wir ans Tor kamen, sah ich, dass es ein wenig offen stand und ein Mann durch den Spalt spähte. Einen Augenblick später trat er heraus, nannte meinen Begleiter bei Namen, schüttelte ihm freundschaftlich die Hand und bat ihn abzusteigen. Es war Herr Mayar selber, ein würdiger, vornehmer, älterer Herr mit ernster, überlegener Miene, die auf mich Eindruck machte. Mein Freund stellte mich vor, sprach von meinem Wunsch, die Anstalt zu besichtigen, und erhielt von Herrn Mayar die Versicherung, dass er meinem Verlangen bereitwillig Rechnung tragen werde. Hierauf verabschiedete er sich und ritt davon. Als er fort war, nötigte mich der Direktor in ein kleines, sehr hübsches Empfangszimmer, das neben anderen Zeichen eines vornehmen Geschmacks viele Bücher, Zeichnungen, blumengefüllte Vasen und Musikinstrumente aufwies. Ein behagliches Feuer brannte im Kamin. Am Klavier saß eine schöne junge Dame und sang eine Arie von Bellini. Bei meinem Eintritt hielt sie inne und begrüßte mich mit anmutiger Höflichkeit. Sie hatte eine sanfte Stimme, und ihr ganzes Wesen war weich und schwermütig. Ich glaubte auch in ihrem Antlitz, dass ungewöhnlich bleich war, einen Zug von Trauer zu finden. Sie war tiefschwarz gekleidet und erregte in meinem Herzen ein Gefühl von Respekt, Teilnahme und Bewunderung. Ich hatte in Paris davon gehört, in dem Institut des Herrn Mayar werde das sogenannte Besänftigungssystem angewendet, das heißt, Strafen wurden vermieden und selbst Einzelhaft wurde nur selten verhängt. Vielmehr ließ man den Patienten, die nur heimlich überwacht wurden, möglichst viel Freiheit. Die meisten durften in Haus und Garten frei umhergehen, als seien sie bei voller Vernunft. Dieser Information erinnerte ich mich jetzt und nahm mich daher in meinem Gespräch mit der jungen Dame in Acht. Ich wußte nicht, ob sie nicht zu den Kranken zähle, und tatsächlich hatte ihr glänzendes Auge etwas Rastloses, Flackerndes, das mir verdächtig vorkam. Ich beschränkte meine Bemerkungen daher auf gleichgültige Dinge, von denen ich dachte, dass sie einem Irren weder missfallen, noch ihn aufregen könnten. Sie antwortete auf alles, was ich sagte, vollkommen vernünftig, und sogar ihre selbstständigen Äußerungen trugen den Stempel klarer Vernunft. Indessen hatte mich eingehende Kenntnis der Geisteskrankheiten und ihrer Wandlungen gelehrt, diesen scheinbaren Beweisen von Gesundheit nicht zu trauen, und ich setzte die Unterhaltung ebenso vorsichtig fort, wie ich sie begonnen hatte. Ein Diener in hübscher Livret trat ein und brachte ein Tablett mit Obst, Wein und sonstigen Erfrischungen, die ich mir schmecken ließ. Bald darauf verließ die Dame das Zimmer. Als sie gegangen, blickte ich meinen Gastgeberfragen an. »Nein«, sagte er, »oh nein, die Dame ist ein Glied meiner Familie, meine Nichte, eine höchstgebildete Dame.« »Ich bitte tauscht mal um Verzeihung für den Verdacht«, erwiderte ich, »Sie werden aber gewiss eine Entschuldigung für mich finden. Das ausgezeichnete System, mit dem Sie Ihre Anstalt leiten, ist in Paris bekannt, und ich hielt es daher gut für möglich, Sie verstehen, ja, ja, es bedarf keiner Worte, oder vielmehr sollte ich Ihnen danken für die liebenswürdige Klugheit, mit der Sie vorgingen. Wir finden selten so viel Verständnis bei jungen Leuten, und mehr als einmal kam es infolge der Gedankenlosigkeit unserer Besucher zu unerquicklichen Szenen. Als mein früheres System noch ausgeübt wurde und meine Patienten die Erlaubnis hatten, frei umherzugehen, wurden sie oft durch unvernünftige Leute, die das Haus besichtigen wollten, zu gefährlicher Wut gereizt. Seitdem habe ich mich genötigt gesehen, für strengere Abgeschlossenheit zu sorgen, und keiner erhielt Einlass, auf dessen Bedachtsamkeit ich mich nicht verlassen konnte. Als Ihr früheres System angewandt wurde, wiederholte ich seine Worte, soll ich das dahin verstehen, dass das Besänftigungssystem, von dem ich schon so viel gehört habe, jetzt nicht mehr in Anwendung kommt? Seit einigen Wochen, erwiderte er, haben wir beschlossen, es endgültig aufzugeben. In der Tat, Sie setzten mich in Erstaunen. Er seufzte. Es erwies sich leider als dringend nötig, mein Herr, zu den alten Gebräuchen zurückzukehren. Die Gefahren des Besänftigungssystems waren immer sehr große und seine Vorteile sind entschieden überschätzt worden. Wenn je, so ist es gerade in diesem Hause reichlich zur Anwendung gekommen. Wir haben alles getan, was vernunftgemäße Rücksichtnahme tun konnte. Es tut mir leid, dass Sie uns nicht schon früher einmal besucht haben, um sich selbst ein Urteil zu bilden. Ich vermute aber, Sie kennen das Besänftigungssystem. Seine praktische Anwendung? Nicht ganz. Was ich davon weiß, habe ich aus dritter, vierter Hand. Das System lässt sich also gemeinhin als eines bezeichnen, das den Patienten rücksichtsvoll behandelt. Wir widersprachen den Einbildungen des Irren nicht. Im Gegenteil, wir duldeten sie nicht nur, sondern unterstützten sie sogar, und wir haben auf diese Weise unsere erfolgreichsten Kuren zustande gebracht. Kein Argument wirkt so nachhaltig auf die schwache Vernunft des Irren, wie das Ad absurdum geführt werden. Zum Beispiel hatten wir Leute, die sich für Hühner hielten. Die Kur bestand nun darin, dies als Tatsache zu nehmen, den Patienten, der diese Tatsache nicht genügend anerkannte, für dumm zu erklären, und ihm eine Woche lang jede andere Nahrung, als die den Hühnern angemessene, zu verweigern. Auf diese Weise konnte ein wenig Korn und Sand Wunder vollbringen. Doch war diese Nachgiebigkeit alles? Keineswegs. Wir hielten viel auf harmlose Zerstreuungen, wie Musik, Tanz, gemeinsame gymnastische Übungen, Kartenspiele, Lektüre und so weiter. Wir behandelten einen jeden auf irgendein physisches Leiden hin, und das Wort Irrsinn wurde nie gebraucht. Ein Hauptpunkt bestand darin, dass man jeden Irren anhielt, das Tun der anderen zu überwachen. Dies Vertrauen in das Verständnis und die Diskretion eines Wahnsinnigen ist es, womit man ihn ganz gewinnen kann. Auf diese Weise konnten wir das kostspielige Wächterpersonal beschränken, und sie hatten keinerlei Strafen, keine. Und sie haben die Patienten nie isoliert? Sehr selten. Hier und da. Wenn es bei irgendeinem zu einer Krise oder einem Wutanfall kam, sperrten wir ihn in eine abgelegene Zelle, damit er die anderen nicht mitreiße, und hielten ihn dort so lange, bis wir ihn den anderen wieder zuführen konnten. Mit eigentlichen Tobsüchtigen haben wir nämlich nichts zu tun. Die werden gewöhnlich den staatlichen Irrenanstalten zugeführt. Und alles dies haben sie nun geändert? Und wie Sie meinen, zum Guten geändert? Ganz entschieden. Und das frühere System hatte seine Nachteile ja sogar gefahren. Man hat es nun glücklicherweise in allen Maisons de santé Frankreichs fallen lassen. Ich bin außerordentlich erstaunt über Ihre Mitteilung, sagte ich, da man mir versichert hat, dass es heutzutage im ganzen Lande keine andere Methode der Behandlung geisteskranker gebe. Sie sind noch jung, mein Freund, erwiderte mein Wirt, und die Zeit wird kommen, da Sie sich über das, was in der Welt vorgeht, ein eigenes Urteil bilden und das Gerede andere nicht beachten. Glauben Sie nichts von dem, was Sie hören, und nur die Hälfte von dem, was Sie sehen. Was unsere Irrenanstalten anlangt, so ist es klar, dass irgendein Unwissender Ihnen etwas vorgeredet hat. Ich werde mich aber freuen, Sie nach Tisch, wenn Sie sich genügend von Ihrem ermüdenden Ritt erholt haben werden, durch das Haus zu führen und Ihnen ein System zu weisen, das sowohl mir selbst als einem jeden, der es angewendet sah, als das bei Weitem erfolgreichste erschienen ist. Ihr eigenes System? fragte ich. Ihre eigene Erfindung? Ich bin stolz, erwiderte er, Ihre Frage bejahen zu können, wenigstens in gewissem Maße. In dieser Weise unterhielt ich mich mit Herrn Mayard ein bis zwei Stunden, während er mich in Hof und Garten herumführte. Ich kann Ihnen gegenwärtig meine Patienten nicht zeigen, sagte er. Ein empfindliches Gemüt wird von solchem Anblick stets etwas erschüttert, und ich möchte Ihnen den Appetit vor Tisch nicht verderben. Lassen Sie uns zuerst speisen. Ich kann Ihnen Calp à la Santé, Meneu, mit Blumenkohl in Soße Villauté vorsetzen, dann ein Glas Clovogeau, das wird Ihre Nerven genügend stärken. Um sechs Uhr rief man zu Tisch, und mein Gastgeber führte mich in einen langen Speisesaal, wo ich eine große Gesellschaft versammelt fand, etwa 25 bis 30 Personen. Es schienen Leute von Rang, wenigstens von guter Herkunft, wenngleich ihre Kleidung mir etwas überladen schien. Sie hatte die aufdringliche Eleganz der Bourbonenzeit. Ich bemerkte, dass mindestens zwei Drittel der Gäste Damen waren, von denen einige sich keineswegs so trugen, wie es heutigen Tages in Paris zum guten Ton gehört. Manche zum Beispiel, deren Alter kaum unter 70 sein konnte, waren mit Juwelen, Ringen, Armbändern und Ohrenschmuck geradezu überladen, und ihr Teilenausschnitt war von bedenklicher Tiefe. Ich sah ferner, dass nur wenige der Kleider einen guten Schnitt hatten, wenigstens kleideten sie ihre Trägerinnen nicht gut. Während ich Umschau hielt, entdeckte ich das interessante junge Mädchen, mit dem Herrn Mayar mich zuvor bekannt gemacht hatte. Doch mein Erstaunen war groß, sie nun in Reifrock und Stöckelschuhen und einer Haube aus Brüsselers Spitze zu sehen, einer Haube, die nicht nur unsauber, sondern so übertrieben groß war, dass sie das Gesicht lächerlich klein erscheinen ließ. Als ich die Dame zuerst gesehen hatte, trug sie ein geschmackvolles Trauerkleid. Kurzum, die Kleidung der ganzen Gesellschaft hatte etwas so Wunderliches, dass mir das Besänftigungssystem wieder einfiel, und gleichzeitig der Gedanke kam, Herr Mayar habe mich bis nach Tisch hin im Unklaren lassen wollen, damit mich bei der Mahlzeit nicht etwa die Vorstellung störe, mit Geisteskranken zu speisen. Ich erinnerte mich aber auch, dass in Paris die Rede ging, welch ein exzentrisches Völkchen die Bewohner der südlichen Provinzen seien und welch veraltete Anschauung sie hätten. Nachdem ich mit einigen aus der Gesellschaft nun eine kurze Weile geplaudert hatte, schwanden bald meine Zweifel gänzlich. Das Speisezimmer war, ob schon geräumig und praktisch eingerichtet, keineswegs elegant. So hatte es zum Beispiel keinen Teppich, was allerdings in Frankreich nicht selten ist. Die Fenster waren ohne Vorhänge, die Schalter waren geschlossen und mit diagonalen Eisenstangen verriegelt, wie es bei uns die Kaufläden sind. Der ganze Raum bildete, wie ich nun sah, einen besonderen Flügel des Schlosses und hatte daher an drei Seiten Fenster, nicht weniger als zehn. An der vierten war die Türe. Der Tisch war prächtig gedeckt, er war mit Schüsseln überladen und mehr als überladen mit Delikatessen. Der Überfluss war geradezu geschmacklos. Nie in meinem Leben sah ich eine solche Verschwendung, ja Missachtung der köstlichsten Dinge. Die Anordnung des Ganzen war übrigens sehr wenig anmutig. Meine an sanftes Licht gewöhnten Augen mussten nun den Glanz zahlloser Wachskerzen ertragen, die in silbernen Armleuchtern überall im Zimmer verteilt waren. Mehrere Diener warteten auf und auf einem großen Tisch in einer entfernten Ecke des Saals saßen sieben bis acht Leute mit Geigen, Pfeifen, Blasinstrumenten und einer Trommel. Diese Burschen quälten mich während der ganzen Mahlzeit mit ihrem andauernden Lärm, der wohl Musik sein sollte, und alle Anwesenden mit Ausnahme von mir sehr zu unterhalten schienen. Alles in allem konnte ich nicht umhin, vieles von dem, was ich sah, recht bizarr zu finden. Aber es gibt so vielerlei Menschen mit so vielerlei Gedanken und so vielerlei Gewohnheiten. Auch war ich weit genug in der Welt herumgekommen, dass mir das Nil Admirari zur Selbstverständlichkeit geworden war. Ich nahm also gelassen an der rechten Seite meines Wirtes Platz und sprach mit viel Appetit den guten Speisen zu, die man mir reichte. Die Unterhaltung war allgemein und angeregt und wie immer sprachen besonders die Damen viel. Ich fand bald, dass fast alle Versammelten eine gute Erziehung genossen hatten und mein Wirt selber erzählte einen launigen Witz nach dem anderen. Er schien geneigt von seiner Stellung als Leiter der Irrenanstalt zu reden und überhaupt war das Thema Wahnsinn zu meiner Überraschung ein beliebter Gesprächsstoff. Man erzählte eine Menge lustiger Stückchen von der Tollheit einzelner Patienten. Wir hatten einmal einen Menschen hier, sagte ein dicker kleiner Herr an meiner rechten Seite, einen Menschen, der sich für einen Teekessel hielt. Nebenbei bemerkt, ist es nicht sonderbar, wie oft gerade diese Vorstellung bei Wahnsinnigen herrscht. Gibt es doch kaum eine Irrenanstalt in Frankreich, die nicht einen menschlichen Teekessel aufzuweisen hätte. Unser Mann war ein Teekessel aus Britannia, Metall, und war eifrig bemüht, sich jeden Morgen mit Putzkreide und einem Lederlappen zu polieren. »Und dann«, sagte ein langer Mensch mir gegenüber, »hatten wir vor einiger Zeit einen Mann hier, der es sich in den Kopf gesetzt hatte, ein Esel zu sein, was, wie Sie sagen werden wohl, seine Richtigkeit hatte. Es war ein beschwerlicher Kranker und wir hatten viel zu tun, ihn zu überwachen. Lange Zeit wollte er nichts als Disteln essen. Von diesem Gedanken brachten wir ihn aber dadurch ab, dass wir ihm auch keine andere Nahrung mehr gaben. Ferner schlug er immer mit den Füßen aus, so, so. »Herr Kock, bitte betragen Sie sich anständig«, unterbrach ihn hier eine alte Dame, die an seiner Seite saß. »Behalten Sie Ihre Füße bitte bei sich. Sie haben mir meinen Brokat beschmutzt. Ist es denn nötig, eine Bemerkung gleich auf solche Weise zu illustrieren? Unser Freund hier kann Sie sicher auch so begreifen. Mein Wort, Sie sind entschieden, gerade so ein Esel wie der arme Kranke zu sein wähnte. Sie benehmen sich durchaus angemessen.« »Mi pardon, Mamsel«, erwiderte Herr de Kock. »Ich bitte tausendmal um Verzeihung. Ich wollte Sie nicht verletzen, Mamsel Leplass. Herr Kock gibt sich die Ehre, mit Ihnen anzustoßen.« Herr de Kock verbeugte sich tief, küßte der Dame zeremoniös die Hand und stieß mit ihr an. »Erlauben Sie mir, mein Freund«, wandte sich jetzt Herr Maillard an mich, »erlauben Sie mir, Ihnen ein Stück Kalbsbraten à la Saint-Menehu anzubieten. Sie werden es sehr schmackhaft finden.« Gerade war es drei kräftigen Dienern gelungen, eine ungeheure Platte auf den Tisch niederzustellen, die nach meiner Ansicht ein Monstrum-Horrendum in Forme Ingens Kuilumen Ademptum enthielt. Näheres Zusehen zeigte mir allerdings, dass es nur ein im Ganzen gebratenes kleines Kalb war, das man auf die Knie gesetzt und dem man einen Apfel ins Maul gesteckt hatte, ähnlich wie man in England einen Hasen serviert. »Danke, nein«, erwiderte ich, »ich muss gestehen, ich bin eigentlich kein Liebhaber von Kalb à la Santé. Wie war es doch gleich? Es ist nicht so recht nach meinem Geschmack. Ich möchte aber den Teller wechseln und ein Stück von dem Kaninchen dort versuchen.« Einige kleinere Platten, die auf dem Tische standen, schienen mir nämlich Kaninchenbraten zu enthalten, ein ganz prächtiges Fleisch, das ich nur empfehlen kann. »Pierre«, rief der Wirt, »gib dem Herrn einen anderen Teller und einen Mittelstück, dieses Kaninchens, o Schat!« »Dieses was?« »Dieses Kaninchens, o Schat!« »Äh, nein, danke, ich hab's mir überlegt. Ich, ähm, will mir doch lieber etwas Schinken nehmen.« »Man weiß doch nie, was man von diesen Provinzlern vorgesetzt bekommt,« dachte ich bei mir selber. »Ich mag nichts von Ihrem Kaninchen, o Schat, und ebenso wenig von Ihrem Katzenkaninchen.« »Und dann«, nahm am unteren Ende der Tafel ein leichenblasser Mensch den Faden der Unterhaltung wieder auf, »und dann hatten wir neben anderen Tollheiten auch einen Patienten, der eigensinnig dabei blieb, er sei ein Cordoba-Käse, und der mit einem Messer in der Hand herumlief und die anderen bat, eine schöne Scheibe aus der Mitte seines Beins zu versuchen.« »Er war unbedingt ein großer Narr«, fiel irgendeiner ein, immerhin aber nicht zu vergleichen mit einem gewissen Jemand, den wir alle kennen, mit Ausnahme dieses fremden Herrn natürlich. Ich meine den Mann, der sich für eine Sektflasche hielt und immer knallte und sprugelte, nämlich so.« Hier steckte der Sprecher höchst unziemlich den Daumen in den Mund, klemmte ihn gegen die rechte Backe und machte damit ein knallendes Geräusch, ähnlich dem eines springenden Tropfens. Dann ließ er die Zunge zwischen den Zähnen vibrieren, was einen zischenden, sprudelnden Laut hervorbrachte, wie eine aufschäumende Sektflasche. Ich sah, dass dies Benehmen Herrn Mayar nicht sehr gefiel, er sagte aber nichts, und die Unterhaltung wurde durch ein kümmerliches Männchen mit einer großen Perücke weitergeführt. »Da war auch ein Dummkopf«, sagte er, »er hielt sich für einen Frosch, dem er übrigens gar nicht so unähnlich war. Ich wollte, sie hätten ihn sehen können, Herr«, wandte sich der Sprecher an mich. »Es hätte sie wirklich erquickt zu sehen, wie natürlich er sich benahm. Herr, wenn der Mensch kein Frosch war, so kann ich nur sagen, dass es zu bedauern ist, dass er keiner war. Sein Gequake, Quark, Quark, war das Schönste von der Welt, B-Moll. Und wenn er ein oder zwei Glas Wein getrunken hatte und dann die Ellbogen auf den Tisch stützte, so und den Mund aufriss, so und mit den Augen rollte, so und ganz schnell mit den Lidern zwinkerte, so. Nun, mein Herr, ich stehe dafür ein, Sie wären ganz Bewunderung für diesen Mann gewesen.« »Ich zweifle nicht daran«, sagte ich. »Und dann«, sagte jemand anders, »dann war da Petit Gaillard, der sich für eine Prise Stupf-Tabak hielt und ganz verzweifelt war, weil er sich nicht selbst zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen konnte. Und da war auch Jules Desoliers wirklich ein eigenartiger Geist, der sich den verrückten Gedanken hatte, ein Kürbis zu sein. Er verfolgte den Koch mit dem Anliegen, einen Pudding aus ihm zu machen, was der Koch entrüstet ablehnte. Ich meines Teils zweifle keineswegs, dass ein Kürbispudding à la Desoliers ein vorzügliches Gericht gewesen wäre.« »Sie setzen mich in Erstaunen«, sagte ich, und ich blickte fragend auf Herrn Maillard. »Hahaha!« lachte dieser. »Hahaha! Sehr gut, sehr gut! Sie dürfen nicht erstaunen sein, Mon ami! Unser Freund hier ist ein Witzbold, ein Spaßmacher. Sie dürfen ihn nicht wörtlich nehmen.« »Und dann«, sagte ein anderer aus dem Kreise, »hatten wir Buffon Legrand, in seiner Weise auch ein sehr origineller Mensch, er war aus unglücklicher Liebe verrückt geworden und bildete sich nun ein, zwei Köpfe zu haben. Einen davon hielt er für den Kopf des Cicero, der andere war zusammengesetzt von der Stirn bis zum Mund, Demosthenes, und vom Mund bis zum Kinn, Notbrockham. Vielleicht irrte er sich, aber er hätte sie davon überzeugt, dass er im Rechte sei, denn er war ein Mann von großer Rednergabe. Er hatte eine Leidenschaft für das Reden und stellte sich gern zur Schau. Er sprang zum Beispiel auf den Speisetisch so und...« Er legte einer, der an seiner Seite saß, ihm die Hand auf die Schulter und flüsterte ihm etwas ins Ohr, worauf er ganz plötzlich schwieg und in seinen Stuhl zurücksank. »Ferner«, sagte der, der geflüstert hatte, »war da Bouillard, der Kreisel, sage Kreisel?« »Weil er die seltsame, aber gar nicht so unvernünftige Grille hatte, in einen Kreisel verwandelt worden zu sein.« »Sie hätten gebrüllt vor Lachen. Wenn Sie ihm zugesehen hätten, er drehte sich wohl eine Stunde lang auf einem Bein in dieser Weise so...« Hier fiel ihm der, den er vorhin zurechtgewiesen hatte, im gleichen Flüsterton in die Rede. »Nach«, kreischte eine alte Dame, »Ihr Herr Bouillard war ihm verrückt, dumm und verrückt. Dann bitte, wer hätte jemals von einem menschlichen Kreisel gehört, das ist absurd. Da war Frau Jös, wie Sie wissen, eine vernünftigere Person. Sie hatte auch ihre Grille, aber es war eine sinnvolle Grille und unterhalten für alle, die die Ehre hatten, mit ihr bekannt zu sein. Sie fand nach reiflicher Überlegung, dass sie durch irgendeinen Unfall in einen Hahn verwandelt worden war, und als solcher benahm sie sich mit Anstand. Es war bewunderungswürdig, wie sie mit den Flügeln schlug, so... Und ihr Krähen war einfach entzückend. »Kikerakie, kikerakie, kikerakie, kikerakie!« »Frau Jös«, fiel unser Wirt ihr hier ärgerlich ein. »Benehmen Sie sich anständig, wie es einer Dame zukommt, oder Sie müssen vom Tisch fernbleiben. Wählen Sie!« Die Dame, wie erstaunte ich, dass sie anscheinend selber die so launig beschriebene Frau Jös war, errötete bis zu den Haarwurzeln und schien von der Zurechtweisung empfindlich getroffen. Sie ließ den Kopf hängen und entgegnete kein Wort. Aber eine andere, jüngere Dame setzte die Unterhaltung fort. Es war mein schönes Mädchen aus dem Sprechzimmer. »Frau Jös war wirklich eine Nährin«, rief sie aus. »Da hatte der Spleen von Eugénie Salsafett mehr Sinn. Sie war ein sehr hübsches und zurückhaltendes junges Mädchen, dem die übliche Kleidertracht anstößig erschien. Sie versuchte deshalb, statt in die Kleider hineinzuschlüpfen, aus ihnen herauszukommen. »Das geht übrigens ganz leicht. Man braucht nur so zu machen und dann so, so und dann so und...« »Mein Gott, Frau Salsafett!« rief ein Dutzend Stimmen. »Was fällt Ihnen ein?« »Gott bewahren!« »Genug, genug! Wir sehen deutlich genug, wie es gemeint ist! Halt, halt!« Und einige sprangen schon von ihren Sitzen, um Fräulein Salsafett davon abzuhalten, sich in das Kostüm der Medicißen Venus zu werfen. Da wurde die allgemeine Verwirrung noch durch laute, gellende Schreie gesteigert, die aus einem inneren Teil des Schlosses zu dringen schienen, meine Nerven wurden von diesem Schreien nicht wenig erschüttert, für die anderen aber hatten sie geradezu eine bedauernswerte Wirkung. Nie in meinem Leben sah ich vernünftige Leute so fürchterlich erschrecken. Sie wurden alle Leichen blass, sanken in ihrem Stuhl zusammen und lauschten beben vor Angst auf eine Wiederholung jener Töne. Sie kamen näher und lauter und dann ein drittes Mal sehr laut und dann ein viertes Mal mit anscheinend verminderter Heftigkeit. Bei diesem offenbaren Nachlassen des Lärmens gewann die Gesellschaft schnell ihre Fassung zurück und wie vorher war alles voll Leben und Heiterkeit. Ich wagte jetzt eine Frage nach der Ursache jener sonderbaren Störung. »Nichts von Bedeutung«, sagte Herr Mayer, »wir sind dergleichen gewohnt und kümmern uns nicht viel darum. Hier und da brechen die Irren in ein gemeinsames Geheul aus. Einer steckt den anderen damit an, ähnlich wie Hunde des Nachts einander zum Bellenreizen. Es kommt jedoch gelegentlich vor, dass diesem Schreien ein allgemeiner Versuch auszubrechen folgt, was natürlich nicht ganz gefahrlos wäre. »Und wie viele Pfleglinge haben Sie? Gegenwärtig nicht mehr als zehn. Hauptsächlich Frauen, wie ich schätze. Oh nein, lauter Männer und kräftige dazu, kann ich Ihnen sagen. Wirklich? Ich habe immer angenommen, die Mehrzahl der Irrsinnigen sei weiblichen Geschlechts. Meistens ist es so, aber nicht immer. Vor einiger Zeit hatten wir hier 27 Patienten und darunter nicht weniger als 18 Frauen. In letzter Zeit hat sich aber, wie Sie sehen, vieles geändert. »Ja, vieles geändert, wie Sie sehen,« fiel der Herr ein, der vorhin Mamsela Plass auf dem Brokat getreten hatte. »Ja, vieles geändert, wie Sie sehen,« brüllte die ganze Gesellschaft auf einmal. »Haltet den Mund,« rief mein Gastgeber aufgebracht, worauf minutenlang vollkommene Stille herrschte. Eine der Damen nahm Herrn Mayars Befehl wörtlich und hielt sich bis zum Ende des Gesprächs den großen Mund gehorsam mit beiden Händen zu. »Und jene Dame,« sagte ich und beugte mich zu Herrn Mayars, »die gute alte Dame, die uns das Kikeriki vormachte, sie ist, wie ich annehme, harmlos, ganz harmlos, wie?« »Harmlos,« sagte er mit unverhohlenem Staunen. »Wie, wie, wie meinen Sie das?« »Nur ein leichter Fall,« sagte ich und tippte mit dem Finger an die Stirn. »Ich nehme an, es ist kein schwerer, kein gefährlicher Fall, wie?« »Mein Gott, was denken Sie denn? Diese Dame ist meine liebe alte Freundin, Frau Jö. Sie ist so gesund wie ich.« »Gewiss hat sie ihre kleinen Eigenheiten, aber Sie wissen ja, alle alten Frauen, alle sehr alten Frauen sind mehr oder weniger sonderbar.« »Gewiss,« sagte ich, »gewiss. Und die anderen Herren und Damen hier?« »Sind meine Freunde und Beamten,« fiel mir Herr Mayars ins Wort und richtete sich abweisend in die Höhe, »meine besten Freunde und Gehilfen.« »Wie allesamt?« fragte ich. »Die Frauen und alle die übrigen?« »Allerdings,« sagte er, »wir könnten ohne die Frauen gar nicht auskommen, sie sind die besten Irrenwärterinnen, die es gibt. Sie haben so Ihre eigene Weise, wissen Sie, Ihre strahlenden Blicke haben eine ganz besondere Wirkung, so ähnlich wie der Zauber der Schlange, verstehen Sie?« »Gewiss,« sagte ich, »ganz gewiss, aber Sie benehmen sich ein wenig sonderbar, wie?« »Sie sind nicht so ganz richtig,« »meinen Sie nicht?« »Sonderbar? Nicht ganz richtig? Ist das Ihr Ernst?« »Gewiss, wir hier im Süden sind nicht sehr zimperlich, lassen uns ein wenig gehen, genießen das Leben, wissen Sie?« »Gewiss,« sagte ich, »gewiss.« »Beiläufig gesagt, mein Herr, ist meine Annahme richtig, dass Sie sagten, statt des berühmten Besänftigungssystems hätten Sie nun ein System rücksichtsloser Strenge eingeführt?« »Keineswegs. Die Kranken befinden sich zwar in strengem Gewahrsam, aber die Behandlung, die ärztliche Behandlung, meine ich, ist geradezu eine angenehme.« »Und das neue System ist Ihre eigene Erfindung?« »Nicht ganz. Zum Teil geht es auf Dr. Thea zurück, von dem Sie sicher gehört haben. Andererseits habe ich aber Modifikationen eingeführt, die, wie ich mit Vergnügen feststelle, von dem berühmten Professor Feder stammen, mit dem Sie, wenn ich mich recht erinnere, die Ehre haben, näher bekannt zu sein.« »Ich muss leider bekennen,« erwiderte ich, »dass ich bisher nicht einmal den Namen eines der Herren gehört habe.« »Gütiger Himmel,« rief mein Wirt, schob seinen Stuhl zurück und erhob die Arme zum Himmel. »Ich habe mich wohl verhört, wie? Sie wollen doch nicht sagen, Sie hatten von dem bekannten Dr. Thea und dem berühmten Professor Feder nie gehört?« »So ist es, wie ich beschämt gestehe,« entgegnete ich. »Aber Wahrheit ist die Hauptsache, und ich bin tief unglücklich, mit den Werken dieser zweifellos hervorragenden Männern nicht vertraut zu sein. Ich werde das aber sogleich nachholen und Ihre Schriften sorgsam durcharbeiten. Herr Mayer, Sie haben mich, ich muss es bekennen, Sie haben mich wirklich tief beschämt.« »Und das war Tatsache.« »Nichts mehr davon, mein lieber junger Freund,« sagte er liebenswürdig und drückte mir die Hand, »trinken wir ein Glas Sautern.« »Wir tranken.« Die Gesellschaft tat ein Gleiches. Alle tranken maßlos. Sie schwatzten, scherzten, lachten, verübten tausend Tollheiten, die vielen kreischten, die Trommel dröhnte, die Blasinstrumente gelten und bellten und die ganze durch die Wirkung des Alkohols immer wüster werdende Szene artete aus in höllische Raserei. Herr Mayer und ich, einige Flaschen Sautern und Clovogeau vor uns, setzten dessen mit aller Kraft unserer Lungen die Unterhaltung fort. Ein mit normaler Stimme gesprochenes Wort hatte nicht mehr Aussicht vernommen zu werden, als die Stimme eines Fisches vom Grunde der Niagarafälle. »Sie erwähnten vor Tisch,« brüllte ich ihm ins Ohr, »die Gefahren, welche das alte Besänftigungssystem mit sich brachte. Würden Sie mir darüber Aufschluss geben?« »Ja,« erwiderte er, »es hat gelegentlich große Gefahren. Die Launen Wahnsinniger sind unberechenbar, und sowohl ich als auch Dr. T. und Prof. Feder sind der Ansicht, dass es niemals ratsam ist, sie unbewacht herumgehen zu lassen. Ein Irrer mag für einige Zeit besänftigt werden, wie man so sagt. Im Grunde aber ist er immer geneigt, in Tobsucht auszubrechen. Seine Verschlagenheit ist groß, ja, sprichwörtlich. Wenn er einen Plan hat, so verbirgt er seine Absicht mit bewunderungswürdiger Schlauheit, und die Gewandtheit, mit der er ein Geheiltsein vortäuscht, bietet dem Psychiatern eines der seltsamsten Probleme. In der Tat, wenn ein Geisteskranker vollkommen gesund erscheint, ist es hohe Zeit, ihn in die Zwangsjacke zu stecken. Aber die Gefahr, mein lieber Herr, von der Sie sprachen, Sie als Leiter der Anstalt aus eigener Erfahrung kennengelernt zu haben, war es irgendein praktischer Fall, der Sie dahin brachte, die Freiheit eines Geisteskranken für gefährlich zu halten? Hier? Aus eigener Erfahrung? Ja, allerdings. Vor gar nicht langer Zeit ereignete sich hier im Hause ein eigentümlicher Fall. Das Besänftigungssystem war damals noch in Anwendung, und die Kranken gingen frei umher. Sie betrugen sich gut, ausnehmend gut. Ein kluger Mann hätte gerade daraus den Schluss ziehen müssen, dass irgendein teuflischer Anschlag geplant war, und natürlich, eines schönen Morgens sahen sich die Wärter an Händen und Füßen gebunden und in die Zellen geworfen, wo sie von den Geisteskranken, die sich das Amt der Wärter angemaßt hatten, bewacht wurden, als seien sie die Kranken. Nicht möglich. Nie im Leben habe ich etwas so Tolles gehört. Tatsache! Alles war das Werk eines kühnen Dummkopfes, eines Wahnsinnigen, der sich irgendwie in den Kopf gesetzt hatte, ein besseres System zur Behandlung Geisteskranker gefunden zu haben, als je dagewesen war. Er wollte vermutlich einen Versuch damit machen und überredete die anderen Kranken zu einer Verschwörung gegen die herrschende Gewalt. Und er hatte Erfolg? Vollständig! Wärter und Kranke mussten ihre Rollen vertauschen. Das stimmt allerdings nicht ganz, denn die Irren waren frei gewesen, die Wärter aber wurden von nun ab in Zellen gesperrt und, leider muss ich sagen, sehr unhöflich behandelt. Doch ich vermute, dass bald eine Gegenrevolution eintrat. Jener Zustand kann nicht lange gedauert haben. Die Landsleute aus der Nachbarschaft, Besucher der Anstalt, würden Alarm geschlagen haben. Da, irren Sie sich, der Rädelsführer war viel zu schlau. Er ließ keine Besucher ein, mit Ausnahme eines einzigen, sehr einfältig aussehenden jungen Mannes, den er nicht zu fürchten brauchte. Er ließ ihn ein, sich die Anstalt zu besehen, ließ ihn ein, aus Spaß, der Abwechslung halber. Und als er ihm dann genug weiß gemacht hatte, ließ er ihn wieder hinaus und schickt ihn weiter. Und wie lange regierten die Irrsinnigen? Lange Zeit, wenigstens einen Monat, viel, viel länger, kann ich nicht genau sagen. Sie hatten eine gute Zeit, die Wahnsinnigen, das können Sie mir glauben. Sie legten ihre eigenen, schäbigen Kleider ab und schmückten sich mit den Gewändern und Juwelen der Familie des Anstaltsleiters. In den Kellereien des Schlosses lag ein großer Weinvorrat und diese Tollen sind gerade die Rechten zum Saufen. Sie lebten gut, sage ich Ihnen. Und die Behandlung, welche Art war die Behandlung, die der Rädelsführer den Gefangenen angedeihen ließ? Nun, was das anlangt, ein Geisteskranker ist nicht immer ein Narr, wie ich schon sagte, und es ist meine ehrliche Überzeugung, dass seine Behandlungsweise bei weitem besser war als die vorhergegangene. Ja, wirklich, es war ein ganz prächtiges System, einfach, klar, ohne viel Umstände, kurz um ein großartiges. Hier wurde meinem Gastgeber das Wort abgeschnitten durch eine Wiederholung jener wilden Schreie, wie sie sich schon einmal hatten hören lassen. Diesmal aber schienen sie von Leuten ausgestoßen zu werden, die eilig näher kamen. »Herr des Himmels!« schrie ich auf. »Die Wahnsinnigen sind ausgebrochen!« »Ich fürchte sehr, dass es so ist,« sagte Herr Mayer, der furchtbar blass wurde. Er hatte kaum ausgesprochen, als man unter den Fenstern laute Rufe und Verwünschungen hörte, und gleich darauf stellte es sich heraus, dass man von draußen versuchte, in den Saal einzudringen. Hammerschläge sausten gegen die Tür, und auch die Fensterladen wurden mit aller Kraft bearbeitet. Eine entsetzliche Verwirrung war die Folge. Herr Mayer kroch zu meiner höchsten Verwunderung unter den Servierschrank. Ich hätte von ihm mehr Entschlossenheit erwartet. Die Mitglieder des Orchesters, die während der letzten Viertelstunde anscheinend zu betrunken gewesen waren, um ihren Pflichten nachzukommen, sprangen nun alle auf einmal zu ihren Instrumenten, kletterten auf ihren Tisch und brachen in den Yankee-Dudel aus, den sie, wenn auch nicht ganz im Takt, doch mit übermenschlicher Energie während des ganzen Aufruhrs wieder und wieder spielten. Den Speisetisch mit seinen zahllosen Flaschen und Gläsern hatte inzwischen jener Herr erklommen, den man vorher so schwer von diesem Tun zurückhalten konnte. Kaum hatte er oben Fuß gefasst. So begann er eine Rede, die zweifellos glänzend war, wenn man sie nur hätte verstehen können. Gleichzeitig begann der Mann mit der Kreiselmanie, sich mit Kraft und Ausdauer durchs Zimmer zu drehen. Seine Arme hatten in rechtem Winkel von sich gestreckt, sodass er wirklich wie ein Kreisel aussah und jeden niederwarf, der ihm in den Weg kam. Plötzlich hörte ich ein seltsames Knallen und Sprudeln wie von einer Sektflasche und entdeckte schließlich, dass es von jenem Manne herrührte, der vorhin bei Tisch die Sektflasche nachgeahmt hatte, und der Froschmensch quakte, als hinge sein Seelenheil an jedem Ton, den er zum Besten gab, und über alles erhob sich das laute »Ihaha« eines Esels, was meine alte Freundin Frau Jö anlangte. So hatte ich aus Mitgefühl fast Tränen vergossen, so furchtbar erschrocken schienen sie. Alles, was sie jedoch tat, war, dass sie sich beim Kamin in einen Winkel stellte und ununterbrochen mit kreischender Stimme »Kikeriki« rief. Und nun kam der Höhepunkt, die Katastrophe des Dramas. Da den Leuten draußen kein anderer Widerstand als Schreien und Quaken und Krähen entgegengesetzt wurde, so waren die zehn Fenster sehr rasch und fast gleichzeitig eingeschlagen. Nie werde ich das Staunen und Entsetzen vergessen, mit dem ich diese Wesen anstarrte, die da durch die Fenster sprangen und sich stampfend und heulend und schlagend und kratzend unter uns stürzten. Sie glichen einem Heer von Schimpansen-Orang-Utans oder schwarzen Pavianen vom Kapp der guten Hoffnung. Ich bekam einen furchtbaren Hieb, der mich unter das Sofa beförderte. Dort lag ich wohl fünfzehn Minuten und horchte angespannt auf die Vorgänge im Saal und fand schließlich die Lösung der Tragödie. Herr Mayar, der mir die Geschichte von dem Wahnsinnigen erzählte, der seine Genossen zur Rebellion verleitete, hatte nichts als seine eigenen Taten berichtet. Dieser Herr war tatsächlich vor zwei oder drei Jahren Leiter der Anstalt gewesen, wurde aber selbst verrückt und also den Kranken eingereiht. Diese Tatsache war meinem Reisegefährten, der mich hier einführte, unbekannt gewesen. Die Wärter, zehn an der Zahl, waren plötzlich überwältigt worden. Dann hatte man sie mit Herbestrichen in Federn gewälzt und in unterirdische Zellen gesperrt. Mehr als einen Monat waren sie so gefangen gehalten worden, während welcher Zeit Herr Mayar ihnen großmütigerweise nicht nur Teer und Federn, die sein System ausmachten, sondern auch etwas Brot und viel Wasser zukommen ließ. Mit letzterem wurden sie täglich übergossen. Einer von ihnen, der durch einen Abzugskanal entkommen war, befreite dann die anderen. Das Besänftigungssystem ist, mit bedeutenden Einschränkungen, im Schlosse wieder aufgenommen worden. Dennoch muss ich Herrn Mayar zustimmen, dass seine eigene Behandlungsmethode in ihrer Art ganz hervorragend war. Wie er richtig bemerkte, war sie einfach und klar, machte gar keine Umstände, durchaus keine. Ich habe nur hinzuzufügen, dass ich alle Buchhandlungen Europas nach den Werken des Dr. Teer und des Professor Feder abgesucht habe, dass aber bis auf den heutigen Tag meine Bemühungen vergeblich waren.